Hallo und Willkommen! Können Sie das Spiel live verfolgen auf dem Kanal Sky Bundesliga 3 HD des 7 Spieltags der 2. Bundesliga. SSV Ulm, Eintracht Braunschweig. Diesen Freitag, 27 September 2024, um 18.30 Uhr. Das Endergebnis wird nach Ende des Spiels in der Videobeschreibung hinzugefügt. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und bis bald!